Ah, ah, ah. Jo! Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja, aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würd's an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen. Wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Hm. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Was? 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 Was?